hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen deck profile video ja ich habe mal 1 mal allerersten speed duel decks ausgekramt von meinem lieblings character pegasus und da würde ich euch einfach mal das heutige deck vorstellen wollen als fähigkeitskarte habe ich gewählt mir gefällt die tunwelt so hat man sie gleich von anfang an halt auf dem spielfeld was für die strategie die ich in dem deck verfolge auch relativ wichtig ist und ja gleich bei der ersten karte muss ich dazu sagen die ist wirklich nur drin aus jahren nostalgischen gründen weil pegasus boss monster gehört einfach mit rein die ist wirklich bei werk und kann wenn ihr das deck nachbaut auch trost rausgelassen werden weil das eigentliche thema sind nämlich die tun monster tatsächlich über so in die hand und da haben nämlich zweimal den herbeigerufenen tun schädel zweimal die tun elfen zwillinge zweimal die tun jungfrau ich erkläre auch gleich warum ich diese karten hier mit drin habe zwei mal die sprengkugel und ein kugel koribo tun wiederholung zweimal die tunwelt vorsicht sei aber falls doch die allererste tunwelt zerstört wird tun inhalts verzeichnis kopierkatze schwarz illusions ritual damit man halt das aufgegeben spielen kann logischerweise abrechnung von anubis schädel sommer umfassende verwüstung kräftigung schild und fallen falle ja ihr habt jetzt vielleicht schon bei der einen oder anderen karte gedacht wie würde ich vielleicht nicht mehr rein tun würde ich vielleicht ersetzen durch was anderes ich muss bei gelegenheit noch mal drüber schauen ich wollte einfach mal jetzt das deck schon so als deck profile festhalten mit dem ich die letzten monate gespielt habe und ich würde kurz mal durchgehen was die strategie dahinter ist also die wichtigste karte wäre der herbeigerufene tun schädel das wurde mir kurz damit raus die tun mehr jungfrau und die tun wiederholung und jetzt mal so ganz einfach erklärt geht es einfach darum der vorteil ist nämlich die tun jungfrau hat ja nur vier sterne und ja gut benötigt die tun wird auf dem spielfeld und kann also ihre beschwörung ist eine spezialbeschwörung ich kann es noch mal kurz überprüfen muss erst als spezialbeschwörung von der hand beschworen werden genau also indem ihr einfach diese karte einfach nur spielt ist das schon eine spezialbeschwörung und das gute daran ist nämlich dass ihr jetzt die einfach gleich wieder opfern könnt für den herbeigerufenen tun schädel der ja bloß ein tribut benötigt und ja mit 2500 relativ stark ist und ja den müsste dann halt eine runde der gegner ist dann dran weil er kann jetzt nicht angreifen müssen halt noch beschützen und dann in eurer nächsten runde haut die tun wiederholung raus spielt die auf den schädel und er kann dann zweimal angreifen und wenn der gegner dann gerade nichts machen kann dann greift ihn zweimal direkt mit 2500 an und das war's also man kann mit diesem deck blitzschnell gewinnen unter umständen und zusätzlich ist in dieser kombo vielleicht noch ganz witzig das habe ich noch nicht erwähnt spezialbeschwörung spezialbeschwörung und ihr habt immer noch ein ja normal eine normalbeschwörung frei sozusagen da könnt ihr dann beispielsweise noch die tunelfenswinnige spielen die haben übrigens auch den vorteil die würde ich mir so ein bisschen in der hinterhand noch behalten die benötigen nicht einmal die tunwelt um beschworen zu werden sie werden zwar zerstört wenn die tunwelt zerstört wird aber die sind jetzt nicht komplett an die tunwelt gebunden also wenn der gegner die euch zum anfang schon schießen sollte könnt ihr immer noch die tunelfenswinnige spielen und ein vier sterne monster mit 1900 atk das ist das ist natürlich eine feine sache und genau also tun die jungfrau auch noch mal drinnen um diese kombo halt möglichst schnell auf der hand zu haben die sprengkugel logischerweise zur verteidigung beziehungsweise um den gegner zusätzlich vielleicht auch ein nerviges monster vom feld zu fegen und ihm auch noch schaden zu machen der kugelkuribu halt für verteidigung dass man da also verteidigung im sinne von dass man den schaden verhindert und gleichzeitig supportet auch so ein bisschen noch das aufgegeben weil man kann den kugelkuribu ja vom friedhof entfernen um ritualmaterial zu liefern von daher eigentlich auch recht nützlich die könnte man zum beispiel zweimal reinpacken und dafür vielleicht einmal diese kugel raus hier oder so das ist dann euch überlassen die tun wiederholung habe ich erklärt tun wir logischerweise auch noch mal drin für den fall der fälle weil man sich ja naja gut diese fähigkeitskarte kann man sich zwar glaube ich wiederholen weil die wird die ganze zeit als normale spielfeld zauberkarte behandelt dass ich soweit ich das richtig verstanden habe kommt ihr auch auf dem friedhof man könnte sich zum beispiel mit magierin des glaubens wiederholen aber ich habe lieber noch meine tun wird drin mit tun inhaltsverzeichnis sucht man sich natürlich bestenfalls noch eine der zwei fehlenden karten die man benötigt oder drei fehlende karte bis ein kombo aus den drei karten nicht und ich denke noch mal kurz hin dass man sich eine von diesen drei karten am besten mit tun inhaltsverzeichnis noch raussuchen kann man kann die kombo natürlich auch noch einmal starten ja deswegen sind die karten natürlich mehrmals drin hat man auch noch mal da die möglichkeit ja die kopierkatze wo ich denke die brauche ich weiter erklären das ist eine sehr nützliche karte im tun deck kann man sich dann so ein bisschen an den karten des gegners vergreifen und gegen ihn einsetzen da finde ich sehr interessant in dem deck ja das schwarze illusions ritual logischerweise für das aufgegeben abrechnung von anubis soll natürlich in erster den titunwelt schützen ich bin von dieser karte jetzt nicht so begeistert die ist in der theorie wieder klasse aber in der praxis lag die öfter mal nur auf dem feld also auch die könnte man vielleicht ersetzen und noch einen kugel kurie buch einpacken zum beispiel weil es zielt ja nur auf zauberkarten die der gegner spielt wenn er wenn sie jetzt wenn jetzt hier stehen würde wenn der gegner mit irgendeiner karte eine verdeckte oder eine offene ist es muss es ein oder mehrere zauberfallen auf dem spielfeld zerstören würde dass mit irgendeiner karte eine meiner zauber- oder fallen karten zerstört in dem fall wird es wahrscheinlich öfter mal die tunwelt treffen dann wäre das natürlich nützlicher aber da es explizit nur bei zauberkarten sich aktiviert wird das schon so bisschen ein bisschen bisschen weniger toll finde ich also an sich mag ich die karte aber in der praxis war es dann öfter mal so wo ich dachte könnte man vielleicht doch was anderes für reinpacken genau ja schädel sommer kann man in jedem deck gut gebrauchen kann auch als tribut material eventuell dienen als verteidiger und als zusätzlichen schadensmacher also schädel sommer ein allrounder den ich eigentlich gerne in jedes deck rein packe umfassende verwüstung um halt starke monster des gegners vom feld zu fegen damit man nicht so viel stress bekommt entkräftigungs schild dient dazu um natürlich auch noch mal zusätzlich lebenspunkte zu kassieren wenn möglich und fallen falle soll auch so ein bisschen die kombo noch unterstützen falls ihr dann nämlich die kombo zusammen habt und mit dem herbeigerufenen tunschädel angreifen wollt und der gegner aktiviert etwas könnt ihr es damit eventuell noch verhindern besser wäre jetzt inzwischen würde ich zum beispiel galaxien zyklon reinpacken damit man im vorfeld schon die gegnerischen karten schießen kann die ist dann noch ein bisschen variabler einsetzbar ist die fallen falle aber ich habe momentan keinen galaxien zyklon übrig die sind in den anderen aktuellen speed dual decks verbaut ich muss mal sehen dass ich mir noch welche heran hole und ja das wäre also im prinzip die kernmechanik dieses decks und ich würde sagen wie immer switchen wir noch mal in die übersicht und da hätten wir das 21 karten deck auf einen blick noch mal die mechanik ist denke ich klar habe ich ja schon erklärt wie man das am besten spielen kann sollte die umbau möglichkeiten welche karten man eventuell raushauen könnte habe ich auch genannt und ja das wäre einfach noch ein deck aus den anfangszeiten des speed duel sage ich mal ich muss bei gelegenheit mal drüber schauen was ich da noch dran drehen könnte mit den neueren boxen kommt bestimmt auch noch das eine andere dazu wo ich sage die kann man dann eher noch reinpacken obwohl ich jetzt so auf dem ersten blick keine weiteren tun support karten entdeckt habe in den letzten unboxings und so weiter da muss man mal schauen ab da noch was kommt aber das deck ist so an sich lustig zu spielen es ist allerdings auch muss ich zugeben bei mir zumindest ein sehr zweischneidiges schwert gewesen weil entweder habe ich mir diesen deck immer sehr schnell gewonnen oder sehr schnell verloren ja es ist natürlich auch immer was hat man für eine starthand dieses mischverhältnis hat man blöd gemischt oder gut gemischt da kann man halt jetzt nicht als viel einfluss drauf nehmen und da hatte ich es halt öfter mal dass es ganz schnell vorbei war in die eine oder andere richtung und ja aber es macht auf jeden fall sehr viel spaß zu spielen das empfehle ich euch ruhig mal auszuprobieren gerade wenn du was mit tuns anfangen könnt oder vielleicht auch begeistert seid von pegasus dann ist das ja eigentlich ein sehr schönes deck für diesen charakter ja und damit würde ich mich auch schon verabschieden für heute ich würde sagen wir hören uns dann im nächsten video wieder bis dahin macht's gut und ciao